Hallo und herzlich willkommen. Frankreich brennt. Die sechste Nacht in Folge kam es zu massiven Ausschreitungen. Migrantische Jugendliche ziehen Brandschatzen durch die Städte und verbreiten Angst und Schrecken. Der Staat bekommt die Situation trotz massiver Polizeipräsenz nicht in den Griff. Über die Lage in unserem Nachbarland möchte ich heute mit unserem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Norbert Kleinwächter sprechen. Hallo Herr Kleinwächter, schön, dass Sie da sind. Ich sagte es eingangs, Frankreich steht in Flammen. Die schockierenden Bilder gehen durch die Medien. Wie bewerten Sie diese Umstände? Es ist mal wieder, muss man für Frankreich leider sagen, eine Revolte der arabischen Migranten. Wir kennen alle die Umstände, wie das entstanden ist. Da gab es diesen jungen Serienstraftäter mit 17 Jahren 15 Polizeieinträge, der bereits eine Polizeikontrolle im Auto hatte. Natürlich keinen Führerschein, dann ist er davon gebraust, hat fast mehrere Passanten überfahren, ist nochmal angehalten und kontrolliert worden und wollte wieder abhauen. Und dort hat dann dieser Polizist, der dort im Einsatz war, übrigens ein Verdienstordenträger, also zumindest Auszeichnungen in der Polizei hat er bekommen, wegen sehr, sehr guter Arbeit bislang. Der hat ihn dann erschossen, um Schlimmeres zu vermeiden, um Gefahr im Verzug eben abzuwehren, weil eben absehbar war, dass Menschen zu Schaden kommen würden durch diese Person. Am gleichen Abend ruft die Mutter dieses jungen Serienstraftäters eben nicht irgendwie, drückt keine Trauer aus, sondern sie ruft auf zur Revolte. Sie hat auf Twitter offen zur Revolte aufgerufen, die dann auch losbrach. Eine Revolte ohne jede Grenzen, nicht nur gegen die Polizei, sondern auch gegen Geschäfte, gegen Schulen, gegen kirchliche Einrichtungen. Ein 80-jähriger Priester ist erschossen worden oder umgebracht worden in seiner Kirche und so weiter und so fort. Also es handelt sich um nichts anderes als eine Migranten-Revolte, wie wir sie schon mehrfach in Frankreich gesehen haben, in den 90ern, in den 2000er Jahren, jetzt wieder. Und das bedeutet einfach nur ein Auflehnen gegen das französische System, wie es ist, durch eine Herabwertung dessen, was die Migranten in Frankreich vorfinden. Wenn ich jetzt mal ganz salopp frage, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass das möglich ist, dass das passiert? Nun, es ist einfach die Anzahl der migrantischen Personen, die sich hier in Frankreich befinden. Es sind ja vor allem Leute aus Algerien, aus Tunesien, aus Marokko, die sogenannten Maghreb-Staaten, die auch in den 60er, 70er Jahren massenweise nach Frankreich gekommen sind. Da gab es gewisse legale Zuzugsmöglichkeiten, durch die die gekommen sind. Sie sprechen Französisch, aber sie haben sich nie integriert. Also so viel zu dem Thema, man kann arabische Migranten durch Sprachkurse irgendwie in die Gesellschaft integrieren. Das funktioniert nicht. Sprache ist kein Indikator für Integration, sagen Sie? Absolut nicht. Absolut nicht. Diese Menschen sind gekommen, auch weil sie französische Sprachkenntnisse hatten, sind dann meistens untergekommen in sogenannten Borgneus. Das sind ja dann richtige Trabanten-Städte entstanden um Paris herum, aber eben auch insbesondere um Marseille und Nizza, wo es jetzt eben auch die großen Probleme gab. Und dort sind die dann letztendlich unter sich. Da sagen jetzt viele bei uns, bei den Linken, ja, dann muss man halt gentrifizieren, also quasi die auch irgendwie in reichen Gegenden stecken. Aber wir sehen ja auch hier in Berlin, es kann mal problemlos auf der Sonnenallee eine Massenschlägerei geben, wo plötzlich irgendwie 50 gegen 50 sich die Köppe einhauen, mitten auf der Sonnenallee. Und das zeigt, Gentrifizierung bringt es nicht. Das Problem ist tatsächlich die unqualifizierte arabische, muslimische Migration, die wir als AfD auch so kritisieren. Denn wenn diese Migration verknüpft ist mit einer Ablehnung dessen, was westlich ist, was abendländisch ist, was christlich ist, ja, dann führt das zu dieser Bereitschaft der Gewalt gegenüber den Institutionen, die hier geschaffen worden sind. Und so sind ganz, ganz viele Franzosen in Mitgliedschaft gezogen worden. Erst heute war im Radio ein Feuerwehrmann, ist verstorben, als er versucht hat, Brände zu löschen in einer Tiefgarage. Da waren Autos angezündet worden. Und insofern kommen hier massenweise jetzt Franzosen zu Schaden, die im Endeffekt für diese ganze Migrantenpolitik, auch für diesen ursächlichen Umstand dieses Todes entsprechend des jugendlichen migrantischen Serienstraftäters eigentlich nichts zu tun haben. Jetzt sind diese Straßenstachten, diese Ereignisse sind teilweise schon nach Belgien und in die Schweiz rübergeschwappt letzten Endes. Steht uns das auch bevor? Frankreich ist unser Nachbarland? Ja, kann bevorstehen. Es ist ein Indikator dafür, dass es eben mitnichten um Frankreich geht. Es geht mitnichten um die französische Polizei, die ja wiederum in der Gewerkschaft gesagt hat, wir sind hier im Krieg gegen die Migranten. Ja, und wir müssen jetzt endlich mal hier dieses Feuer ausmachen im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nach Belgien rübergeschwappt, wo auch massenweise Migranten wohnen, gerade in vielen größeren belgischen Städten. Es ist sogar nach Lausanne in der Schweiz rübergeschwappt. Die Schweiz ist nicht mal in der Europäischen Union. Und da sehen wir einfach, dass es hier eben nicht um eine Ablehnung eines spezifischen Anlasses geht, etwa dieses traurigen Todes, eben dieses migrantischen Serienstraftäters, sondern es geht letztendlich um eine Ablehnung der westlich-abendländischen christlichen Kultur. Darum geht es. Das wird herabgewertet. Man hat Al-Akbar-Rufe gehört. Oftmals wurden die Menschen auf der Straße als Hunde beschimpft und so weiter und so fort. Das sind Worte, die fallen in allen drei Ländern. Und ja, es kann selbstverständlich auch in unserer migrantischen Community dazu führen, dass da Leute sich dieser Revolte anschließen. Es ist ja gemeint als Revolte, nicht als Trauer. Wenn Sie an der Macht wären, was würden Sie anders machen? Was fordert die AfD-Fraktion? Die AfD-Fraktion fordert zunächst einmal, diese gesamte illegale, unbegrenzte Migration zu begrenzen, zu beenden und die Menschen abzuschieben. Insbesondere diejenigen, die hier kein Aufenthaltsrecht haben, aber auch bei denen, die an irgendeiner Weise subsidiären Schutz oder sonst was bekommen haben, da nochmal ganz genau nachzugucken. Wir brauchen Grenzkontrollen, weil ja ganz offensichtlich wird, dass in diesem Schengen-Raum eben die Grenzen nicht geschützt sind. Wir haben massenweise Konfliktpotenzialen mittlerweile innerhalb der Länder des Schengen-Raums und deswegen müssen wir auch durch nationale Grenzkontrollen verhindern, dass solche Revolten zum Beispiel zu uns überschwappen, auch durch Leute, die dann die Grenze übertreten, um hier Ärger zu machen. Das sind Dinge, die ganz konkret getan werden können. Wir müssen die Zahl derer, die eben sozusagen hier unqualifizierte Migranten sind, die eben nichts aufbauen, sondern die vor allem abbauen, in unserem Land dringend reduzieren. Die Leute gehören hier nicht her. Die wollte auch nie jemand wirklich haben, außer der linksgrünen Politik, die dort irgendwo ein Hilfsbedürfnis sieht. Aber noch einmal das Beispiel Frankreich. Frankreich hat genauso gedacht, hat seit den 60er Jahren gedacht, wir können die Leute hier integrieren, wir können sie brauchen als Putzfrauen oder Sonstiges. Das Ergebnis ist, dass sich diese migrantischen Communities auflehnen, dass sie Revolten machen und dass demzufolge selbst eine über Generationen andauernde, normalerweise stattgefundene Integration, die Leute, die da auf der Straße sind, waren oft in Frankreich in der Schule, sie haben eigentlich nominal irgendeinen Job. Sie sind nominal offiziell integriert und sie zeigen an der Stelle, sie sind es nicht, weil sie selber tatsächlich aktiv an den Revolten teilnehmen oder sie tolerieren und dulden oder sogar beflügeln, indem sie das irgendwie noch anheizen, so wie etwa auch die Linksjugend in Chemnitz, die er meinte, da kann man irgendwie was für Deutschland lernen. Und das sind die großen Gefahren. Wir haben hier ganz, ganz große Bevölkerungsgruppen, die diese Gewalt tolerieren und dulden und das ist Gewalt gegen die Stabilität unseres Rechtsstaats. Und wenn wir für Demokratie, für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit stehen, dann müssen wir etwas gegen diese Anzahl der Bevölkerung in Deutschland unternehmen, die so denkt. Solche Menschen können wir in Deutschland nicht brauchen und sie haben hier kein Aufenthaltsrecht, wenn sie die Werte der Bundesrepublik Deutschland, Einigkeit, Recht und Freiheit, Freiheit eben aufgrund der Rechtsstaatlichkeit ablehnen. Jetzt habe ich zum Abschluss noch ein Zitat von den Schwedendemokraten und zwar, es gibt einen Unterschied zwischen den Menschen, die Autos und Flugzeuge bauen und den Menschen, die sie verbrennen. Was fällt Ihnen dazu ein? Da würde man natürlich sofort wieder irgendwie Rassismus vorwerfen, weil man eben hier Menschen kategorisiert. Aber wir müssen auch mal wieder dazu kommen, dass wir natürlich nicht Menschen ablehnen, nur wegen irgendeiner Sprache, die sie sprechen oder einer Hautfarbe, die sie haben. Aber wir müssen uns schon angucken, wie tickt jemand, der hier ins Land kommt. Und das passiert ja gar nicht mehr. Also die Migranten, die hier als Asylanten reinkommen, als sogenannte Geflüchtete, die werden gar nicht überprüft. Auch nicht, wie sie denken. Teilweise Leute, die auf Visum reinkommen, werden auch nicht überprüft. Auch nicht, wie sie denken. Dann, wie gesagt, wir haben die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Viele dieser Maghreb-Einwanderer nach Frankreich haben eine französische Staatsbürgerschaft. Die können theoretisch nach Deutschland umziehen, ohne dass ihnen irgendjemand da Schwierigkeiten bereitet. Und wir brauchen schon Kompatibilitätsprüfungen mit unseren Grundüberzeugungen, die wir hier haben. Unsere Gesellschaft, und zwar egal, ob die französische oder die deutsche oder die schweizerische, wenn man das jetzt mal so nimmt, ist auf den Werten der Rechtsstaatlichkeit aufgebaut, der Ordnung. Und die gibt Freiheit. Und das sind ganz klare Prinzipien. Du hast die staatlichen Institutionen zu respektieren. Da sind die Gerichte, die Polizei, Regierung und so weiter. Und genau diese Akzeptanz ist bei dieser spezifischen Bevölkerungsgruppe, die diese Revolte macht, nicht gegeben. Die lehnt die Polizei ab, die lehnt die Regierung ab, die lehnt die Gerichte ab. Das, was da zählt, ist faktisch der Imam und irgendwo der Koran. Und genau diese Unterschiede müssen wir herausarbeiten. Und wir müssen darauf achten, dass Menschen, die so denken, also die weltanschaulich tatsächlich unsere Institutionen ablehnen, hier eben auch nicht wohnen können. Danke, Herr Kleinwächter. Vielen herzlichen Dank.